Das Wottelfest in Heisingen hat eine lange Tradition. In den 20er, 30er Jahren war diese sogenannte Wottelkirmis. Das war ein Erntedankfest der Heisinger Bergleute, die letzten Endes immer ein Grundstück hinterm Haus hatten mit Ziege und Gemüse. Und dann wurden zum Erntedankfest, zum Herbst, die Möhren gezogen. Das waren die Wotteln. Und darum ist das Wottelfest entstanden. Es wurde mal eine große Kirmes veranstaltet. Die Bürger haben sich gefreut, dass sie ihre Gemüse und ihr Obst und ihre Kartoffeln im Keller hatten. Und so eine Art Erntedankfest. Im Laufe der Jahre ist natürlich dieses Wottelfest mal kleiner, mal größer geworden. Aber in den letzten 10, 12 Jahren hat es doch enorm zugenommen. Das heißt, die Heisinger Bürgerschaft in Verbindung mit der Werbegemeinschaft haben sich um diese Dinge gekümmert. Und es ist immer größer geworden. Es hat immer mehr Anklang gefunden. Die Aussteller haben gehört, dass hier sehr viele Zuschauer hinkommen. Wir haben letztes Jahr ca. 20.000 Besucher hier auf dem Fest gehabt. Und davon profitieren wir jedes Jahr. Das wird immer mehr. Es werden immer mehr die Aussteller werden mehr, die Highlights werden mehr. Wir haben in jedem Jahr unterschiedliche Kapellen, zum Teil internationalem Rang. Wir haben Jazzbands hier. Wir haben Countrymusik hier. Und wir haben auf drei Bühnen ständig Livemusik. Und die Leute, die hierher kommen, die kommen nicht nur wegen dem Essen her, sondern auch wegen dieser Musik und natürlich wegen diesem schönen Stadtteil und dem schönen Wetter, was wir hier haben.